Der Herbst kommt und die Tage werden wieder kürzer. Umso mehr freut man sich, im Grau der kalten Jahreszeit Grünes oder Buntes zu sehen. Bei Gartenbau Schacherl hat man dazu die Gelegenheit. Im Herbst ist eine große Vielzahl an Pflanzen natürlich auch zu erhalten bei uns, bei Gartenbau Schacherl. Vor allem, wir produzieren selbst, wir produzieren die Stiefmütterchen, die Chrysanthemen. Wir haben eine riesengroße Auswahl an den verschiedensten Kalunen und Erikern. Jetzt ist es ja wichtig, auch für sehr viele Pflanzen bzw. Blumen auch in der kühlen Jahreszeit, das heißt Herbst, Winter zu haben. Auf was muss man besonders achten? Die Pflanzen gehören genauso in der kühlen Jahreszeit gegossen. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Leute glauben immer, wenn es draußen kalt ist, selbst geht man raus, zieht sich warm an, aber die Pflanzen brauchen genauso das Wasser im Winter. Wenn es möglich ist, gerade bei Sonnenschein viel, viel, viel gießen. Also genießen Sie die kalte Jahreszeit mit Pflanzen und Blumen von Gartenbau Schacherl und nützen Sie die zahlreichen Aktionen dieses Unternehmens. Ein Besuch lohnt sich allemal.